Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Transport auf der geile Palasthanga. Mal wieder ein bisschen Action hier, ein bisschen neue Action aus dem Outer Rim DLC. Wir sind voll am Start mit Berserker, Merkmal und Huttenauftrag. Und zwar sollen wir Einsatzzielpunkte sammeln, 5000 Stück für die Bacta-Granate. Und ich rasiere wieder ordentlich. Was war das? Wow. Was? Wieso hat sich mein Charakter so komisch umgedreht? Das ist aber echt komisch. Ich nehme mal hier die Scout-Pistole mit und einen Thermal-Detonator. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo. Wuppi, wuppi, wuppi. So, da hinten sind die nächsten Spackos. Ja, komm weg da, Greedo. Merkmal Stufe 2. Komm schon. Ich glaube, das ist aber auch gewollt so, dass man hier mit dem Berserker nicht so schnell regeneriert. Denn man fickt ja diesen Schadensbonus nur, wenn man, äh, wenn man angeschossen ist, ein bisschen. Boom, Treffer. Aber keiner gestorben, leider. Diese Frise. Nein, wo kommt der denn her? Von oben runtergesprungen, die Sau. Huawei nennt er sich einfach. Okay, kleiner Fanboy, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja, äh, Riesenfan von Apple-Produkten. Muss ich mal an dieser Stelle sagen. Einfach, weil ich, ja, schon sehr lange ein iPhone habe und irgendwie nie davon weggekommen bin. Denn es war wirklich vor gut sechs, sieben Jahren, wo das mit den Touch-Displays noch nicht so verbreitet war, wo das gerade kam. Da muss ich sagen, War es wirklich so? Da gab es wirklich nur das iPhone, was was konnte. Die anderen Touch-Displays, das war wirklich wie eine andere Welt. Wirklich. Das ist nicht übertrieben. Also, die, das Touch, der Touch-Screen, der hat einfach so, so viel präziser funktioniert beim iPhone als bei den anderen. Dass es wirklich nur damit wirklich Spaß gemacht hat. Das war das erste Handy, wo es Spaß gemacht hat, Internet zu surfen, finde ich. Und, ähm, ja, ich bin immer dabei geblieben, weil ich habe inzwischen so viele, äh, Käufe auch gemacht über den App-Store und so. Dass ich, dass ich, dass es einfach nicht so schade wäre, wenn ich das alles nochmal kaufen müsste. Guckt die I an. Guckt er rausgesprungen und denkt, der ist es. Er denkt, der ist es. Okay. Über uns sind wahrscheinlich auch welche. Wookie. Aber komm schon, jawohl. Ich wusste, dass der Temal der Tonate noch trifft. Komm schon, Start. Junge, lass mich rein ins Spiel. Ich bin heiß. Und weiter geht's direkt. Hier rechts bin ich noch nie durchgegangen. Das ist das erste Mal. Ich wusste gar nicht, dass hier in Gang ist. Ah, hier kommt man raus dann. Verstehe. Komm schon, ich hol mir die Pracht. Ah, jawohl. Transport und Transportstopp-Serie zweimal den Scheiß angehalten. Sehr nice. Man sollte es auch anders machen als ich. Komm schon, stirb. Wieso stirb der Typ nicht, bitte? So kann es nicht weitergehen. Nee, nee, so ganz ruhig nicht weitergehen. Ich stoppe den Scheiß auch direkt. Komm, da sind sie alle mit ihren hässlichen Schildern, ey. Ich hasse sie. Diese kleinen Kacksparkus. Aber das sieht bisher... Sieht es gut aus, oder sieht es nicht gut aus? Eigentlich sieht es, glaub ich, ganz gut aus. Denn die sind schon im letzten, oder noch am letzten Punkt und haben noch keine fünf Minuten mehr Zeit. Wir haben Oberfett zur Unterstützung rekrutiert. Sieht eigentlich recht gut aus für uns bisher. Da ist sie wieder, die kleine Mecca-Ziege. Wer hat die Kontrolle bei dem Transport verloren? Ja, super. Toll. Ist das eigentlich da, diese Mecca-Frau? Komm schon, ich hole sie alle. Er schießt da. Oh nein, kommt da einer raus, ey. Immer in den Rücken, diese kleinen Pussys. Oh, der hatte schon die neue Heal-Granate. Nicht schlecht, der Junge. Ja, was heißt nicht schlecht? Ich spiele ja immer nur eine Partie pro Tag. Meistens. Und da hätte ich dort, das wäre mir natürlich ewig. Ich muss ja so viel spielen auf meinem Kanal. Da kann ich mich nicht nur auf Star Wars konzentrieren. Auch wenn ich manchmal glaube, dass einige von euch das am liebsten hätten, dass ich fünf Star Wars-Folgen am Tag raushauen würde. Was würdet ihr eigentlich davon halten? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, die ganzen Star Wars-Fans, die mich immer so fleißig gucken. Würdet ihr es gut finden, wenn ich jeden Tag fünf Folgen raushaue? Oder wäre ich das zu viel? Ist euch eine Folge zu wenig? Ihr könnt mir sowieso generell mal gerne schreiben, was ihr so denkt. Ist denn euch die Folgenlänge so angenehm? Ich mache ja bei Star Wars immer relativ kurze Folgen. Ist euch das zu angenehm oder ist das euch zu kurz? Oder vielleicht sogar zu lang? Ich mache ja meistens nur so 15 Minuten. Teilweise sogar weniger. Manchmal sogar nur 10 Minuten. Ist euch das zu kurz? Würde mich sehr interessieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Wenn ich jetzt nicht mehr Schaden mache, dann weiß ich es nicht mit 1% AP. Oha. Wow. Okay, das macht wirklich viel Schaden. Aber die Dioxis-Granate... Nein, die Dioxis-Granate hat mich gekillt. Von dem einen Typen, der auch die Heal-Granate hat. Er ist ein neuer Granatenspezie. Heal-Granate und Dioxis... Wow, du hast aber einen guten Schaden rausgedacht, Junge. Nicht schlecht. Die A-17. Spiel dich ja auch im Moment. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Das wäre gut zu wissen. Ich muss auf jeden Fall den Transport stoppen. Die Rebellen machen da auf jeden Fall gut Druck. Das muss man den Rebellen schon lassen. So, hier mache ich mal so ein Främmchen hin. Ich sehe nichts, ne? Ich sehe wirklich gar nichts. Oh Gott, da sind sie schon alle raus. Die campen da einen ab mit ihren Sprung-Packs. Aber das würde euch trotzdem nichts bringen, Leute. Der Transport ist gestoppt. Nur weil ihr hier ein paar Fracks zieht, seht ihr nicht die Helden vom Kartoffelfeld. Ah, Huawei wieder. Mein persönlicher Freund. Ja, ja. Wir haben die Schose hier jetzt gewonnen. Ich glaube, das ist nur noch in der Theorie möglich, dass die Rebellen das gewinnen. Aber ich glaube, in der Praxis ist die Schose gelaufen. Guck mal, wie weit das noch weg ist von der finale Station. Ich muss mich auf eine Sache spezialisieren. Am besten, entweder hier auf das Ding. Okay, er drückt schon. Hier war doch auch einer durch, oder? Habe ich das nicht eben gesehen auf dem Radar? Hm, ich mich wohl vertan. Wo seid ihr, ihr Limmelchen? Also ich weiß, wo ihr seid, aber... Braucht euch nicht verstecken. Das hat eh keinen Sinn. Ich habe so ein bisschen Angst, jetzt hier so offensiv reinzugehen. Aber die sind zu blöd, ihre Rebellen, dass die jetzt gar nicht rachen. Dass sie von hinten geschossen werden. Zehn Sekunden noch, Leute! Last der Pistole in Serie noch abgeschraubt hier. Vielleicht nochmal eine Termal... Termal, äh... Detonator nach vorne. Vielleicht habe ich ja Glück und treffe was. Nein! Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Euer Silent. Ich hao! Ja, ich bin Heberlin. mujer ja, ich bin Heberlin. Vielen Dank.